Willkommen auf meinem Kanal Bildesign. Wir beschäftigen uns heute um eine einfache Bildbearbeitung. Wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Wenn ihr das Programm öffnet, sieht das natürlich dann so aus und wenn ihr ein Bild hier hinein haben wollt, dann auch von eurem Rechner aus, euren Ordner, wo ihr eure Bilder drin habt, einfach per Drag & Drop einfach hier rüberziehen und hier reinlegen. Legt das Bild einfach hier in die Mitte ab. Ihr habt dabei auch die Möglichkeit über Öffnen, dann sucht ihr euren Ordner raus und geht dann auf, sucht also praktisch euer Bild aus, geht dann auf Öffnen oder wir haben auch die Möglichkeit, wenn wir hier von URL öffnen wollen. Dann geht so ein kleines Fensterchen auf. Dann könnt ihr nämlich euren Browser öffnen. Dann geht ihr bitte auf Seiten, wo man Bilder kostenlos runterladen kann, wo keine Urheberrechtsanspruch steht. Also da würde ich euch immer empfehlen, nehmt keine Bilder, die irgendwelche Urheberrechtsansprüche sind. Das könnte eventuell gefährlich werden. Dann geht ihr einfach auf ein Bild, wo ihr drauf sein möchtet oder welches ihr gar haben möchtet. Macht mal einen Rechtsklick und dann geht hier auf Bild Link kopieren. Bei Google Chrome heißt es glaube ich Bild Adresse kopieren. Bei Firefox weiß ich nicht, wie es aussieht. Ich habe kein Firefox, deswegen kann ich das nicht sagen. Und hier tragt ihr einfach eure Bild Adresse ein und klickt auf OK und damit wird automatisch dieses Bild hier in dem Programm geladen. Diese Möglichkeit habt ihr. Ich nutze meistens per Drag & Drop, ziehe mir das aus meinem Ordner, wo das Bild drin ist, einfach hier rein und fertig. Ein kleiner Hinweis, Bilder, die über dem HD-Format, über dem Full-HD-Format hinausgehen. Damit hat das Programm ein bisschen Probleme. Wenn man irgendwelche Einstellungen machen möchte zu diesem Bild oder das Bearbeiten des Bildes, dauert dann meistens etwas länger. Je größer die Datei ist, desto länger dauert es. Das ist so ein kleiner Nachteil an dem Programm. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert. Man muss halt nur Geduld haben, dass wenn man eine Einstellung macht, die das etwas länger dauert, bis die Einstellung von dem Programm umgesetzt wird. Wenn ihr ein Bild bearbeiten wollt, macht euch bitte immer eine Kopie. Einmal Rechtsklick, Ebene duplizieren. Das könnt ihr so machen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, indem ihr mit Tastenkürzel arbeitet, und zwar mit STRG und die Taste J. Damit kopiert ihr automatisch dieses Bild, bzw. diese Ebene, die ihr angewählt habt. Wir gehen in die Bildbearbeitung hinein. Das heißt, wir gehen hier oben auf den Reiter Bild, klickt da einmal drauf und geht auf Anpassung und dann gehen wir einmal auf Helligkeit und Kontrast. Wenn ihr jetzt ein Bild habt, was ziemlich dunkel gehalten ist, habt ihr die Möglichkeit, die Helligkeit zu ändern. Oder ein Bild, was eventuell überbelichtet ist, habt ihr die Möglichkeit, etwas dunkler zu machen. Ihr habt den Kontrast, die Möglichkeit, den Kontrast zu schärfen. Das Bild ist schon relativ kontrastreich hier, deswegen sieht man jetzt keine großen Veränderungen, aber es gibt halt Bilder, wo der Kontrast schwer ist und da kann man den Kontrast etwas verstärken oder abschwächen. Ich empfehle dann immer wieder, macht kleine Schritte und dann eventuell diesen Helligkeits- und Kontrast noch einmal. Nicht immer sofort auf volle Kontrast oder Helligkeit gehen. Das ist meistens immer kontraproduktiv. Dann haben wir die Möglichkeit, die Tonwertkorrektur zu ändern. Hier seht ihr die Farbverteilung. Hier habt ihr die Möglichkeit, auch das dunkler zu machen. Jetzt habt ihr zum Beispiel nur diese Blüte, den Hintergrund komplett ausgeblendet. Oder ihr könnt das natürlich auch andersrum machen, dass ihr den Hintergrund heller gestaltet. Dann wird das hier vorne natürlich, die Blätter werden dann nicht mehr so, wie sie sein sollen. Und auch mit dem mittleren Regler habt ihr die Möglichkeit, zu regeln. Hier unten habt ihr die Möglichkeit, das komplett aufzuhellen oder das komplett abzudunkeln. Über die Gradationskurven funktioniert das ähnlich wie bei der Tonwertkorrektur. Hier oben habt ihr den RGB-Modus. RGB steht für Rot-Grün-Blau. Und hier habt ihr die Möglichkeit, diese Kurve einfach in eure Richtung zu machen, wie ihr es haben wollt. Ihr könnt das hier oben als S-Kurve gestalten. Da habt ihr die Möglichkeit, eure Bilder kontrasttechnisch anzupassen, wie ihr das haben wollt. Wenn ihr auf den Kanal Rot geht, werden alle rötlichen Töne verstärkt oder weggenommen. Dasselbe funktioniert natürlich bei Grün und bei Blau natürlich auch. Blau ist hier weniger drin. Das geht dann mehr in Richtung Lila schon. Aber hier habt ihr die Möglichkeit, in Bildern Farben zu verstärken oder abzuschwächen. Die nächste Möglichkeit ist die Belichtung. Ihr habt hier die Möglichkeit, helle Stellen etwas lichtstärker zu machen. Hier zum Beispiel etwas heller darzustellen, als wenn die mehr beleuchtet werden. Die Gamma-Korrektur nimmt den Grauwert ein bisschen runter. Irgendwann wird es dann aber schwarz. Oder es geht natürlich auch in die Gegenrichtung. Das nächste wäre die Dynamik. Ihr habt die Möglichkeit, die Dynamik von dem Bild zu verbessern. Also die Farbkonzentration habt ihr die Möglichkeit, mehr zu machen oder das leicht abzuschwächen und so weiter. Und hier habt ihr die Möglichkeit, die Sättigung der Farben komplett rauszunehmen. Euch anzupassen, wie ihr das gerne haben wollt. Die nächste Möglichkeit ist Farbton und Sättigung. Hier habt ihr die Möglichkeit, das alles umzufärben, indem ihr hier unten einmal Färben anklickt. Jetzt könnt ihr hier eine andere Farbe aussuchen, die ihr gerne haben möchtet. Ihr könnt die Sättigung der Farben rausnehmen oder voller Leistung setzen. Und ihr habt aber auch die Möglichkeit, das dunkler zu machen und so weiter. Wenn ihr Färben nicht anklickt, habt ihr hier oben die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich, den gelben Bereich, die Blätter sind gelb. Und da zeigt es hier unten den gelben Bereich an, der meistens von einem Orange bis in einen grünlichen Ton, also in einen Olivton, sowas hineingeht. Und hier habt ihr die Möglichkeit, über Farbton nur die gelben Farben zu ändern. Alles andere bleibt, ihr merkt auch, der grünliche Ton hier hinten läuft mit weg, weil hier auch dieser grünliche Ton eingestellt ist. Wenn ihr den grünlichen Ton nicht haben wollt, müsst ihr euch den Regler mal hier etwas weniger setzen, damit grün nicht ganz so umgefärbt wird. Auch die Sättigung könnt ihr hier wieder anders machen. Und das funktioniert mit anderen Farben genauso. Die nächste Möglichkeit wäre die Farbbalance. Hier habt ihr natürlich die Möglichkeit, die Tiefen. Jetzt habe ich hier im Hintergrund das Grün, also das Grün, Rot, Rötliche. Da kann ich hier zum Beispiel Sachen ändern. Alles, was im grünen Bereich ist, was in den Tiefen geht, in den dunklen Bereich, kann ich dort ändern. Rötliche Sachen kann ich hier auch ändern. Aber Rot ist nicht allzu viel, da hause diese Stängel hier. Ich habe die Möglichkeit, die Mitteltöne zu ändern. Vorne die Blätter bleiben immer noch irgendwie, weil das alles mehr im Hintergrund steht. Und ich kann auch Lichter ändern. Jetzt sollte sich hier vorne das ändern, die Blätter. Also kann ich mir einstellen, wie ich das gerne haben will. Die nächste Möglichkeit wäre Schwarz-Weiß. Jetzt habe ich hier ein Schwarz-Weiß. Aber ich kann Sachen, zum Beispiel die Blätter waren ja gelb. Und ich kann die gelben Sachen mehr verstärken oder abschwächen. So, wie ich das gerne haben will. Also wenn ich jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild haben will, aber die gelben Blätter sollen ein bisschen mehr hervortreten, dann mache ich die hier ein bisschen höher. Und im Hintergrund das Grün, das kann ich abschwächen, bis ich fast ein Schwarz habe. Die Stängel waren ja rot. Wenn ich die hier jetzt anhebe, werden die auch weiß oder werden dunkel. Also ich kann die einzelnen Farbkomponenten in einem Schwarz-Weiß-Bild auch ändern. Die nächste Möglichkeit wäre ein Fotofilter. Das heißt, ich kann dem ganzen Bild einen gewissen Look geben. Das hier ist ein warmer Look, zum Beispiel im Sommer, im Herbst. Den kann ich mir dann individuell anpassen, wie ich das haben will. Wenn man jetzt Winterbilder macht, zum Beispiel, dann macht man einen kalten Ton. Wenn ich hier jetzt, wirkt das Bild relativ kalt. Also hier kann ich über diesen Fotofilter, kann ich dann wirklich einstellen, wie der Look des ganzen Bildes sein soll. Nicht nur einzelne Farben, sondern im Gesamten. Die nächste Möglichkeit haben wir über den Kanalmixer. Da kann ich natürlich auch die Farben ändern, wie ich das haben möchte. Bestimmte einzelne Farben. Grün kann ich ändern. Alles, was grünlich ist. Da gehört das Gelb, der Gelbton natürlich auch. Und hier im Gesamten kann ich auch noch ein bisschen ändern. Also, da müssen wir mal ein bisschen rumspielen, wie ihr euch das am besten gefällt, was euch am besten gefällt. Jetzt haben wir hier noch einen Farbfinder, der ist momentan noch nicht aktualisiert. Das heißt, ich kann hier zwar draufklicken und hier draufklicken. Wenn ich hier jetzt irgendetwas anklicke, dann sucht das Programm automatisch eine Farbe. Und ihr seht, diese Farben verschwinden dann. Also, dieses Tool habe ich im Endeffekt den Sinn eigentlich hier drin noch nicht gefunden. Ihr könnt die Farben umkehren. Das heißt, ihr macht aus dem gesamten Bild ein Negativ. Da könnt ihr jetzt nichts einstellen. Das wird einfach nur die Farben umgekehrt. Und zwar geht das nämlich nach den Komplementärfarben. Wenn ihr euch einen Farbkreis vorstellt, die gegenüberliegende Farbe ist dann immer die Negativfarbe. So, ich werde das mal zurück machen. Dann haben wir die Tontrennung. Da könnt ihr jetzt bestimmte Farben ausgrenzen, dass nur noch zum Beispiel diese Blätter da sind. Müsst ihr aber mit diesen Tools immer vorsichtig umgehen. Wenn ihr zu viel macht, das kann manchmal fatale Folgen haben. Lieber jetzt ein klein wenig machen nur und dann mit einem anderen Bearbeitungs-Tool weiterarbeiten und so weiter. Das hilft manchmal mehr, als jetzt nur mit einem Tool da irgendwelche Sachen sofort auf volle Kante zu stellen. Schwellenwert, habt ihr die Möglichkeit, hier einen gewissen Schattenumriss zu machen. Dies ist meistens hilfreich, wenn man irgendwelche Masken erstellen möchte oder so etwas. Da kommen wir später irgendwann mal noch dazu. Das ist kein Bildbearbeitungs-Tool in dem allgemeinen Sinn. Eine Verlaufsumsetzung ist jetzt auch nicht so weit, sage ich mal, zur Bildbearbeitung notwendig. Eine selektive Farbkorrektur ist auch nicht so wichtig. Tiefen und Lichter haben wir hier noch die Möglichkeit, das einzustellen. Hier hinten Hintergründe und Lichter und so weiter. Das kann man dann noch einstellen. Aber dieses Tool ist auch mehr dazu gedacht, wenn man jetzt irgendwie welche Bilder bearbeiten will, um da einen dezenten kleinen Akzent mit reinzusetzen. Das ist zur normalen Bildbearbeitung jetzt eigentlich nicht so vorgesehen. Wir haben noch die Möglichkeit, die Sättigung zu verringern. Da geht ja, wenn ihr da draufklickt, wird es automatisch sofort schwarz-weiß. Und Match-Color ist jetzt auch nicht so wichtig. Das braucht man eigentlich gar nicht. Farbe ersetzen wäre noch ein Thema. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, jetzt hier einen Farbton zu wählen. Rötliche Farben, zum Beispiel diese Stängel. Da könnt ihr jetzt eine andere Farbe wählen. Könnt ihr die rötlichen Stängel gelblich machen und so weiter. Oder wenn wir jetzt einen gelblichen Farbton nehmen, dann habt ihr die Möglichkeit, die Blätter anders zu gestalten. Hier machen wir zum Beispiel ein paar Herbstblätter draus, um die Möglichkeit, die Toleranz anzupassen. Also, das ist auch für eine Bildbearbeitung, zu einer einfachen Bildbearbeitung, hier auch ganz interessant. Das waren die ganz normalen, einfachen Bildbearbeitungstools. Und im nächsten Video werden wir uns dann mal richtig um ein Bild mal bemühen, um dieses zu bearbeiten. In diesem Sinne, winke, winke, euer Frank.